Das war einst eine anständige, gottesfürchtige Gemeinde. Was bringt einen Mann dazu, so etwas Schreckliches zu tun? Er gab sich selbst seinen kleinen Handelsnamen. Jack the Ripper. Gut, nicht wahr? Diese Mädchen kommen und gehen unaufhörlich. Kein Wunder, dass jemand was gegen sie hat. Hat dem Opfer irgendetwas gefehlt? Eine Niere, sie wurde vollständig entfernt. Ich werde nicht zulassen, dass der gute Name von Whitechapel weiterhin besudelt wird. Wieso tut er das? Was denken Sie? Wer sendet eine Nachricht? An wen? An uns. Ach du meine Güte. Ich weiß, wohin du gehst. Und ich weiß, was du tust. Haben Sie irgendeinen Verdächtigen für diese Verbrechen im Sinn? Nein, ich habe mit diesen Morden nichts zu tun. Das kann nicht sein. Nein, ich habe mit diesen jemanden verнемorenen. Ich werde so gut nachdenken sein. Was sicherlich leben, werden es nicht zu tun? Oh, wie aber es ist eine Änderung des hunting Tales?